Ahoi liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder bei einer Firma gelandet, die vor zwei drei Jahren für Aufregung gesorgt hat, weil ein Konzept erarbeitet worden ist, was es so noch nicht auf dem Markt gab. Wir sind bei Affinity Travel Different, eine Marke der Kabel Group. Das merkt man jetzt umso mehr. Es gibt bereits drei Versionen vom Affinity und wir stellen euch vor, den Affinity, ich muss ja gucken, M auf MRN Basis. Nach dem Intro kommt das. Er sichert doch. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich einfach mal rein in das Fahrzeug. Das macht einen schönen hochwertigen Eindruck gleich von vornherein. Hier vorne das typische VW Cockpit. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht so viel zu sagen. Das ist halt Standard, gut gemacht und funktional. Hier vorne haben wir einen sehr hohen Raumgefühl. Es wirkt sehr, sehr aufgeräumt hier. Der Tisch zu dieser Seite in der Dinette. Wir haben natürlich auch darunter noch ein Staufach. Ich mache es einfach mal auf für Schuhe und Co. Auch die Sitzbank ist bekannt, dass man diese umklappen kann zum nächsten Bett. Also so ein Hochbett sozusagen bauen kann. Viele Schubladen, also beziehungsweise viele Stauffächer. Sehr hochwertig verarbeitet. Tief. Passt also viel rein über die gesamte Fläche. Und ja, auf der linken Seite hier den Küchenblock mit natürlich dem Abwaschfeld und dem Kochfeld. Für mich auf einer Höhe, die noch okay ist. Allerdings viel tiefer dürfte es für mich jetzt nicht sein. Ich bin halt ein bisschen größer, dann wäre, würde das für mich ein bisschen schwieriger sein. Hier große Schubfläche. Auch hier merkt man die Qualität, wenn ich das anfasse, ist das halt alles gleich sehr smooth. Und ja, gegenüber haben wir den Kühlschrank und die Schaltzentrale. Also hier habt ihr noch das bediente Panel von der Truma-Heizung. Hier haben wir die 6DE verbaut. Das ist ein optionales Feature. Der Dometic Kühlschrank, der zu beiden Seiten aufgeht, kennen wir ja auch alle. Dann haben wir hier Staufächer bzw. nein, Quatsch, hier ist die Heizung drunter verbaut. Das heißt, man kommt auch relativ gut daran. Was haben wir da drunter? Da haben wir aber noch ein Fach. Ich kann sagen, der Kühlschrank läuft gerade und der ist wirklich relativ ruhig. Finde ich richtig gut. Hier haben wir noch die Durchreiche nach hinten. Also wir kommen halt in den Heckbereich von dem Fahrzeug hier durch. Super gemacht. Noch ein Staufach unterhalb des Kühlschrankes, was auch wirklich tief rein geht. Bisschen weit unter den Kühlschrank. Und ja, Bett auf der Seite. Müssten wir euch mal das Maß jetzt einblenden. Dann haben wir hier natürlich noch die Bedienung. Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, ob das ganze Touch oder sowas hat. Ah ja, doch, da ist halt Touch mit drin. Wasser und Co. Wasserpumpe einschalten, ausschalten. Ja, das könnt ihr halt alles hier per Touch erledigen. Dann haben wir hier noch einen schönen Kleiderschrank. Und ja, hinten gucken wir uns noch mal das Bad an. Da muss ich jetzt mal die Kamera umstellen. Gewohnt clean das Bad. Toilette dabei. Der Duschbereich. Auf der Seite die Brause. Und hier hinten haben wir dann noch einen Spiegelschrank, wo ihr noch ein paar Sachen unterbringen könnt. Und darunter natürlich das Waschbecken. Alles sehr funktional gehalten. Sehr gut. Hochwertig. Macht einen guten Eindruck, wie gesagt. Ihr seht Marcel im Innenraum. Das heißt, hier hinten haben wir noch ein schönes Fenster. Und ansonsten haben wir einen kleinen Kofferraum, Deckel, wo ihr an die Kassette kommt für die Toilette. Und zur linken Seite habt ihr einen Schalter für das Licht im Innenraum. Ja, linke Seite ein bisschen Elektronik verbaut. Und dann haben wir dahinter das Fach für das Gas. Da ihr ein Fahrzeug mit Dieselheizung hier habt, ist das gar nicht so schlimm. Braucht man also auch gar nicht unbedingt andauernd ran. Dort hinten ist noch ein Staufach. Da ist auch noch Elektronik drin. Ja, aber ansonsten habt ihr hier halt einen großen Raum noch, wo ihr noch einiges unterbringen könnt. Stühle und Co. Die sind zum Beispiel hier auch in diese Ausbuchtung sehr gut noch lagerbar, falls sie ein bisschen länger sein sollten. Und direkt dort drüber natürlich das Bett. Lassen wir uns das Fahrzeug auch noch mal von draußen wirken. Klar, typisch MAN VW Basis. Kommt sehr schick daher. Und dann schauen wir noch mal von der anderen Seite. Hier habt ihr so eine kleine Ausbuchtung zur linken Seite, um das Bett halt ein bisschen größer zu gestalten, logischerweise. Ja, ein wirklich sehr schönes Fahrzeug. Ein richtig schmucker Typ der Affinity M auf MAN Basis und Staufächer noch und Löcher an Ecken, wo man denkt, wo kommt denn da das Staufach noch her. Also theoretisch könnt ihr so viel mitnehmen, wo ich schon wieder Angst habe, ihr überladet euch einfach nur. Da muss man natürlich darauf achten, das ist klar. Genau, dieses Fahrzeug, weil wir gerade Gewichtstechnik haben, hat eine Masse im Fahrbereiten Zustand von 3.050 Kilo. Wenn ihr euch überlegt, wir hatten ja den von Hobby vorgestellt auf VW Crafter Basis. Da sind es 3.300. Also da ist er hier auf jeden Fall leichter. Also habt ihr richtig gut Zuladung. 6,12 Meter ist er lang und hat eine Höhe von 2,50 Meter und hat der Grundpreis ist ab 95.600 Euro. Und je nachdem natürlich, wie ihr ihn jetzt konfiguriert, wird er dann noch ein little bit teurer. Ich habe ihn gerade mal verglichen mit dem Affinity Y, also Y, der auf Fiat Basis ist. Da ist der Grundpreis 10.000 Euro teurer. Aber je nachdem, was ihr für eine Konfiguration habt, ist er dann gleichbleibend. Das heißt, das Basisfahrzeug ist, aber das ist bekannt, ein MAN kostet nur mal ein bisschen mehr als ein Fiat. Schön, dass es die Auswahl gibt, dass man sich mehrere Fahrzeugtypen, Grundtypen nehmen kann. Das hat letztlich Fiat jetzt hingekriegt, aufgrund der Lieferschwierigkeiten von Corona, dass es jetzt mehr Vielfalt in der Grundbasisfahrzeuge gibt. Wir sind zufrieden. Es ist natürlich nur ein Kuschelbett, aber ihr solltet ja auch immer miteinander lieb sein. Deshalb ist das genau das richtige Bett. Und jetzt würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. 是 Erst Ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017